Geschätzte Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten. Jedes Mal, wenn das Weissen vom Himmel kommt, wissen wir, es geht langsam gegen Ende Jahr. 2023 ist im Zeichen von 30 Jahren BOMATEC gestanden. Nach Covid, 2021 darauf, 2022, ein fantastisches Jahr für alle von uns, hat es sich dann relativiert in unserem Jubiläumsjahr. Plötzlich sind die Bedarfe zusammengebrochen, die Kunden hatten genug am Lager, die Lieferanten hatten eigentlich das Material, konnten nichts mehr liefern. Es war eine weitere Herausforderung dieses Jahr. Ich glaube, wir alle durften feststellen, dass die Wirtschaft nicht so weiter geboomt hat, wie man das eigentlich erwartet hat nach dem letzten Jahr. Es ist trotzdem für uns ein gutes Jahr geworden. Dank ihnen natürlich selbstverständlich. Sie haben uns treu gehalten, wir haben sie weiterhin unterstützen im laufenden Geschäftsjahr. Und so kann ich jetzt eigentlich gegen Ende Jahr sagen, ist auch für BOMATEC nach 30 Jahren immer noch ein sehr gutes Geschäftsjahr gewesen. Wir haben den Applaus gehabt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, neue Sachen anzureissen, die Ware zur Zeit liefern, schauen, dass auch die Qualität stimmt. Ich würde sagen, wir gehen auf die nächsten 30 Jahre. Die ersten 30 Jahre haben wir hinter uns. Die Weihnacht nähert. Wir alle werden hoffentlich ein paar Tage finden, mit unseren Familien, Freunden, Bekannten und Verwandten zu geniessen können. In diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich bedanken für ihre Treue, für ihre Loyalität zu BOMATEC, zu uns. Und wir freuen uns natürlich, die nächsten 30 Jahre für sie dürfen da sein. In der Zwischenzeit wünsche ich ihnen erholsame Tage. Machen sie sich bereit für 2024. Ich glaube, es wird nochmal eine Herausforderung für alle von uns werden. In diesem Sinne, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf sie. Besten Dank. Dankeschön. Ja! Knie und reflect. Ja! Ja! Jamie Harri.